Wer ist die Kleine? Ihr Name spielt keine Rolle. Der Name interessiert mich auch nicht. Wessen Kind ist sie? Das eines reichen Mannes, der bald um 50 Millionen ärmer sein wird. Hören Sie, hier sind Sie sicher. Und um hundertprozentig sicher zu sein, dass Sie nicht geortet werden können, werde ich Ihre Handys einkassieren. Mich erotet niemand. Wir gehen hier kein Risiko ein. Gebt sie ihm. In den Beutel. Das ist bullshit, nein. Sekunde, ich muss das nur noch kurz abschalten. Nur noch... Danke, nur... Okay. Dankeschön. Halten Sie die Türen verschlossen und das Mädchen isoliert. Wir sehen uns in 24 Stunden. Mein absolut liebreizendes Ratpack. Ratten? Was meint er? Wieso nennt er uns denn Ratten? Wir sehen uns beim nächsten Mal. T tempted delightijken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. his Trying by chan eu 안."